Servus Bremen-Fans, ich bin da, blablabla, ihr wisst ja alles, Basti B, servus, wunderschönster Verein. Wir fangen gleich an mit Teil 2 und labern nicht lang rum. Let's go! Wir starten, ohne groß zu labern, mit einem ganz kleinen Mini-Rückblick vom letzten Video, vom Teil 1 Video. Und da haben wir festgelegt, die Prioritäten, das heißt, die höchste Priorität ist, wir brauchen einen Innenverteidiger, dann brauchen wir einen Mittelfeldspieler, einen Torhüter brauchen wir sehr wahrscheinlich, vielleicht, werden wir heute noch klären. Und wenn uns das Geld nicht ausgeht, dann können wir uns gerne auch noch über einen weiteren Mittelfeldspieler diskutieren. Und jetzt sind wir schon ganz schnell beim neuen Inhalt. So, ich werde euch jetzt tatsächlich mal Fakten schaffen, ich habe jetzt lange genug um den heißen Brei rumgeredet mit dem ersten Teil des Videos. Wie habe ich Spieler ausgesucht? Ich habe jetzt natürlich nicht die professionellen Scouting-Tools, die man da so hat. Ich kann weder selber scouten, habe ein Scouting-Team hinter mir und noch habe ich die Scout-Software, die man dafür braucht. Daher muss ich das natürlich, wie soll man sagen, mit einfachen Mitteln machen. Ich habe mir natürlich nur Bundesliga-Spieler jetzt ausgesucht, weil ich mich da auch automatisch deutlich besser auskenne. Und habe mir nur Spieler ausgesucht, die in meinen Augen zu wenig Spielzeit haben und somit unzufrieden sein können. Da setzen wir an. Wichtig ist mir aber auch, mir ist es vollkommen egal, ob es da irgendwelche Gerüchte gibt. Ob der Verein überhaupt will, ob der Spieler überhaupt will, ob Werder da schon irgendwas mal durchsickern lassen hat. Ich sage einfach nur so, für die Position wäre der Spieler interessant, aus welchen Gründen. Let's go. Wir fangen natürlich an mit Priorität 1, Innenverteidiger. Und hier sind meine Innenverteidiger. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spieler, die ich euch mehr oder weniger vorstelle. Die sind auch schon nach einer gewissen Logik sortiert. Darum fangen wir von vorne an. Der erste für mich, der wahrscheinlich interessanteste Innenverteidiger, der glaube ich indirekt auf dem Markt sein könnte, ist Sebastian mit 2a Bornau, nenne ich ihn mal. Ich kann Namen schlecht aussprechen. Er ist 24 Jahre alt, hat 7 Millionen Marktwert und er ist aktuell bei VfB Wolfsburg unter Vertrag. Wenn jemand ein Bremer-Fan sich denkt, den kenne ich doch schon, aber woher kenne ich den? Ganz genau. Der hat das Kopfballtor für Köln das 1-0 gemacht und hat uns dann leider in die 2. Liga damit geköpft. Der war das. Also, was seht ihr hier? Hier meine Maus. Zuerst kommen eben Name, alter Marktwertverein, habe ich schon gesagt. Danach kommen die Spiele, also 9-16 heißt. Es gab in diesem Jahr 16 Bundesligaspiele. Nur die interessieren mich, davon hat er 9 gemacht. Das ist ja okay. Er hat von 16 mal 90, könnt ihr gerne selber ausrechnen, ist 1440, also das wären die kompletten Minuten. Davon hat er 486 Minuten gespielt. Weil das ist mein Ansatzpunkt. Wie oft hat er gespielt? Wie oft von Anfang an und wie viele Minuten hat er gespielt? Und daraus überlege ich mir, macht das Sinn oder nicht? Und dann kommt die erste Frage, was spricht für einen Wechsel? In hellgrüner Schrift und in schwarzer Schrift, was spricht gegen einen Wechsel? Also, was spricht für einen Wechsel? Er hat nur 9 von 16 Spiele gemacht. Ich glaube einfach, dass viele beim VfL Wolfsburg unzufrieden sind. Wolfsburg spielt ganz oft eine Dreierkette. Trotzdem tut es sich sehr, sehr schwer, dort reinzukommen. Wolfsburg hat, glaube ich, eine Vielzahl an Innenverteidigern. Und ja, 9 Spiel ist jetzt nicht katastrophal. Hat aber, ist jetzt aber auch nicht super gut. Er hat in den ersten sieben Spielen nur eine Minute gespielt. Also, da war er überhaupt nicht. Das heißt, die Form oder die Einsatzzeiten verbessern sich zwar. Also, das geht aus seiner Sicht nach oben, in die richtige Richtung. Ist jetzt für den Wechsel zu uns schlecht. Aber er kann damit nicht zufrieden sein. Und ja, ich glaube, dass komplette Gemengenlage in Wolfsburg sehr schwierig gerade ist. Ich glaube, dass man in Wolfsburg sehr, sehr viele Spieler angreifen könnte. Also, werben könnte, wenn man möchte. Und das halte ich. Hat ihn für einen sehr, sehr guten Innenverteidiger. Wolfsburg hat damals auch richtig viel Geld bezahlt. Ich glaube, 12 Millionen an Köln. Und das wäre auf jeden Fall eine Verstärkung, der sofort Richtung Stammplatz geht. Und hat auch nur ein super Alter mit 24 Jahren. Er kennt die Liga, kommt aus Frankreich, aber hat jetzt schon lange in Deutschland gespielt. Die Integration sollte da überhaupt kein Problem sein. Und daher spricht er in meinen Augen sehr, sehr viel. Und ich halte ihn für einen sehr interessanten Spieler. Was spricht gegen einen Wechsel? Klar, in den letzten sieben Spielen waren er fünfmal in der Startelf. Das habe ich schon erklärt. Also, die Formgrufe geht da leider in die falsche Richtung. Und dann immer die Fragen, können wir uns den überhaupt leisten? Will der Verein überhaupt? Will der Spiele überhaupt? Aber es war bei der Bremen. Ich erwarte von euch, dass er den Spieler mal anspricht. Oder zumindest ein VfL Wolfsburg. Wer noch immer. Den zweiten, den wir uns anschauen wollen, ist der Klassiker. Alle Mannschaften, die in der Bundesliga einen Innenverteidiger wollen und in der unteren Tabellenhälfte sind, dann muss natürlich der Mann aus Augsburg kommen mit Pfeiffer. Er ist auch 24 Jahre, hat einen Marktwert von drei Millionen. Und der kam ganz neu zu Augsburg und kommt eigentlich überhaupt nicht dran. Er hat nur sechs Spiele gespielt von 16. Er hat keine 400 Minuten gespielt von über 1400 möglich. In den letzten neun Spielen war er nie in der Stadion. In den letzten neun Spielen nur 46 Spielminuten. Er ist mit Sicherheit unzufrieden mit seiner Situation. Das heißt, das ist ein Spieler, der mit Sicherheit Interesse hat, irgendwas zu ändern. Sei es ein Verkauf, sei es eine Laie. Der Trend, auch mit dem neuen Trainer bei Augsburg, ist ganz klar, es geht in die falsche Richtung. Und das einzige Problem ist mit Sicherheit, oder das größte Problem ist mit Sicherheit, dass wir da nicht die Einzigen sein werden, die da auf ihn schauen. Aber ich glaube, wenn man ihn für einen vernünftigen Preis bekommt, beziehungsweise man vielleicht auch eine Laie macht, dann ist das mit Sicherheit ein Mann, über den man reden muss. Und Augsburg wird da einige Interessenten haben und wird spannend sein, was sie mit dem Spieler machen und wie sie damit umgehen. Aber es war bei der Bremen, ich würde da natürlich hingucken. Der nächste Spieler, ich sage es ganz ehrlich, so wirklich kennen tue ich den gar nicht. Das passiert jetzt bei ein, zwei Spielern. Aber ich könnte zu dir gucken, ob ich den jetzt irgendwo irgendwelche Highlights mir ansehe. Aber ist das so wichtig? Ich bin ein Mann der Zahlen, doch mal alles über die Zahlen. Der ist 24 Jahre, noch drei Millionen Mark wert, spielt bei Hoffenheim, hat nur zwei Spiele gemacht, also zwei Einsätze, 23 Minuten nur gespielt. Also wirklich überhaupt keine Spielzeit, war nur viermal im Kader, muss mit seiner Situation unzufrieden sein, ganz klar, weil Hoffenheim hat 2022, also eineinhalb Jahre her, noch zwölf Millionen Euro bezahlt. Er hatte anscheinend etwas Verletzungsprobleme, wenn ich mir in der Verletzungshistorie angucke, kann ich einschätzen, ob es da immer noch ein Problem gibt. Offiziell geht er als fit, soweit ich das weiß, oder gesund zumindest. Und daher würde mich schon interessieren, was da ist. Und Schlein von den Zahlen, von seinem Werdegang her, scheint das ein Spieler zu sein, bei dem es irgendwie nicht passt bei dem Verein, was ja auch mal passieren kann. Vielleicht auch unzufrieden mit dem Trainer, mit der ganzen Konstellation, ich weiß ihn nicht. Vielleicht hat er auch eine schlechte Form, vielleicht hat er auch mal überbeformt, als man dann zwölf Millionen bezahlt hat. Aber das ist ein Mann, der theoretisch Potenzial noch hat, aber aktuell einfach keine Einsätze hat. Für mich ein klassischer Spieler, wo ich hoffe, dass Bremen das ein Auge auf hat, weil ich glaube, dass man den, wenn ich mir den Marktwert jetzt ansehe, für einen Preis bekommen könnte, der vielleicht sogar auch realistisch wäre für den SV Werder Bremen. Wenn das zu teuer ist, okay, vielleicht ist auch eine Laie möglich, ich weiß es ja nicht. Ich denke, alle Beteiligten haben Interesse, dass ein 24-Jähriger, für den man sehr viel Geld ausgegeben hat, Spielzeiten bekommt. Und ich glaube nicht, dass sie das zumindest für das nächste Jahr bei Hoffenheim wirklich so viel ändert. Der nächste ist Friedrich aus Gladbach. Der große Unterschied bei dem Spieler ist, zu allen anderen ist, der ist deutlich älter. Er ist 28, also in einem super Alter. Ich denke, als Innenverteidiger einer der optimalsten Alter überhaupt. Hat dreieinhalb Millionen Marktwert, gehört zu Gladbach und hat einerseits sehr viele Spiele gemacht, zehn Stück, oder was heißt sehr viele, viele, zehn Spiele ist ja nicht schlecht, aber hier ist es einfach zu rechnen, 485 Minuten gespielt, das heißt, im Schnitt ist es quasi eine Halbzeit, die er spielt. Und woher kommt das? Weil er hat seinen Stammplatz verloren. Er war seit dem neunten Spieltag nur noch einmal in der Startelf und muss dementsprechend mit der Situation unzufrieden sein. Der Trainer war in der ganzen Zeit immer der gleiche und die Form, die Situation zeigt in eine Kurve, in der man einfach nahlesen kann, okay, das passt nicht. Jetzt kann ich natürlich nicht alles auswendig sagen, ob das bei Gladbach besser werden könnte. Es ist wie immer eine Winterpause, die würfelt viel immer durcheinander, aber generell ist es ein Mann natürlich, der mit seiner Erfahrung, mit seiner Qualität uns sofort helfen könnte und der bei wohl beim erstmaligen Wetter Bremen eher Stammspieler ist in Innenverteidigung als bei Gladbach oder wenn er es auch nicht schaffen sollte, wäre er für uns immer ein Gewinn, weil das ist ein Mann, den du jederzeit reinschmeißen könntest. Was spricht jetzt dagegen? Der hat einen Vertrag bis 2026 noch und das heißt noch sehr lange, es gibt eigentlich gar keinen Grund, da irgendwas zu verändern. Will Gladbach überhaupt und will er? Also weil, auch wenn das Tabellage gar nicht so weit weg ist, zumindest auch finanziell bin ich mir sicher, ist das ein Schritt zurück für Friedrich und da muss natürlich wie immer die Entscheidung treffen, meinen Schritt zurück, wie wichtig ist mir das Spielen, wie viel Spaß macht das Geld verdienen, da sind verschiedenste Überlegungen da, aber ich glaube, für uns wäre das ein ganz, ganz interessanter Mann, der indirekt auf dem Markt ist und ich mir einfach mal hoffe, klar, andererseits können wir sagen, mein Gott, wenn ich YouTube-Trottel da hier draufkomme, dann werden auch alle anderen Profis da draufkommen, aber vielleicht ist da ja nicht ganz so viel los wie bei Pfeiffer zum Beispiel bei Augsburg und vielleicht kann man da einen erfahrenen Mann mit einem tollen Alter mit, da passt eigentlich alles, würde ich sagen, einfach mal nachfragen. Fernandes, jetzt, wenn wahrscheinlich irgendein Mainz-Fan zuschaut, der fällt ihm um Macht oder weil er sagt, um Gottes Willen, den können wir gar nicht hergeben oder wie zur Hülle kommt so ein Bremen-Fan daher, dass wir den abgeben, weil da spricht eigentlich einiges dagegen. Fangen wir mal davon an. Also er ist 27 Jahre superalter, 5,5 Millionen Marktwert, hat 11 von 16 Spielen gemacht, 878 Jungen gespielt im Vergleich zu allen anderen, die ich bis jetzt erwähnt habe, richtig viel. Was spricht dagegen? Fangen wir unten an. Er ist eigentlich ein klarer Stammspieler, er ist eigentlich ein klarer Leistungsträger, aber ich habe mir das angeguckt, er hat, er war in den ersten 12 Spielen zehnmal in der Startelf, aber, und jetzt kommt die Sache, was spricht dafür, letzten vier Spiele nicht im Kader und ich habe keine Information gefunden auf die Schnelle, dass er da verletzt war. Der war viermal nicht im Kader und ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich kann mir es sein oder andere Mainz-Fan sagen, das liegt deswegen, weiß ich aber alles nicht. Vielleicht gibt es da ja Ärger, das ist jetzt einfach meine Konstellation, die haben ja auch einen Trainer gewechselt, die wissen auch noch nicht genau, wer ist der neue Trainer, vielleicht sind die ein bisschen unzufrieden mit dem, weiß ich nicht genau. Also, wenn ich sowas sehe, finde ich, muss ein Profiverein danach fragen, wie sieht es denn aus, weil eigentlich würde den Mainz niemals hergeben, aber vielleicht gibt es ja irgendwie Ärger, keine Ahnung, wäre natürlich individuell richtig guter Mann. Smolcic, ich weiß a, weder, wie man den ausspricht, noch wie der wirklich kickt, aber ein Mann, der laut den Zahlen passen könnte. Er hat ein junges Alter, hat 4 Millionen Marktwert, hat wenig Einsätze, nur 244 Minuten gespielt, das heißt, er bekommt zu wenig Einsätze, der ist keine 20 mehr und keine 18 mehr, sondern 23, da will man kicken, daher muss er spielen. Neun Spiele nicht im Kader oder nur auf der Bank, also von 16 Mal war er mehr als die Hälfte, einfach 90 Minuten entweder gar nicht im Kader oder war im Kader, war 19 Minuten auf der Bank gehockt, nur zwei Startelf-Einsätze gehabt, muss also unzufrieden sein. Und das ist auch ein Spieler von der Qualität, wenn ich mir die Transfer-Historie mir angucke, dann muss der jetzt spielen, dann muss der spielen wollen und da kann ein Schritt zurück von Frankfurt nach Bremen noch genau der richtige sein. Darum muss man natürlich immer wissen, will er überhaupt wechseln, will Frankfurt überhaupt und jetzt, während ich die beiden Videos gemacht habe, kam jetzt diese Konstellation mit Bore, wird jetzt die Laie zu uns aufgelöst, wechselt er jetzt nach Brasilien, angeblich ist es doch jetzt eher Richtung im Sommer, dass er nach Brasilien wechselt, darum gibt es vielleicht Ärger jetzt, ich weiß es nicht genau, da weiß ich natürlich nichts Neues, nur spekuliere da jetzt mal wild herum, aber generell ein Mann, der in der Theorie ganz interessant ist, ob es dann auch in der Praxis Sinn macht, ob es realistisch ist, das weiß ich nicht, da gibt es dann die Profis beim SV Werder Bremen, aber wenn ihr meinen Rat wolltet, schaut ihn mal an, denn ihr habt ja bestimmt alle Tapes von allen Spielern, im Gegensatz zu mir. Akpoguma aus Hoffenheim, den kennen wohl viele Fußballfans, Bundesliga-Fans auf jeden Fall, ist ja auch schon 28 Jahre, spielt bei Hoffenheim, ja Hoffenheim hat einige Innenverteidiger, da kann man viel abgreifen, dreieinhalb Millionen, der hat zehn Spiele, das ist ja gar nicht so wenig, hat 57,5 Minuten im Schnitt gespielt, das ist auch nicht schlecht, ich denke, dass er bei uns auf jeden Fall eine klare Chance hat, sofort eine Hilfe zu sein, also sofort einen Stammplatz haben kann. Jetzt weiß ich gar nicht genau, das kann auch ein Spiel sein, wo Hoffenheim ein Telefon in den Hörern nimmt und sagt, ha ha ha, niemals, Pam und wieder auflegt. Das kann es natürlich sein, darum erwähne ich ihn auch relativ am Ende, aber Hoffenheim hat Qualität, individuelle Qualität, dieser Kala hat, viele würden wahrscheinlich sagen leider, individuelle hohe Qualität, da kann so ein Akpoguma natürlich auch mal irgendwie hinten rausfallen und es dann einfach nicht reichen. Ein Mann, der, wie gesagt, die Bundesliga kennt, der super schnell zu integrieren wäre, 28 Jahre halt, da passt alles daher. Ich finde, das sollte man als SV Werder Bremen einfach mal anfragen und wenn man sich dann da die Finger verbrennt, weil die einen auslachen und sagen, ja niemals, wie kommt der da drauf? Ja, dann ist das halt so. Aber man hat es versucht und weil die einzige Hürde ist, wilder Spieler, wilder Verein, weil der Rest passt. Der nächste Spieler ist Jeckel aus Union Berlin, der bei lange Zeit bei Gräuter Fürth war, der als er kam, ich glaube, Anfang 2022 eine sehr gute Form hatte, sehr viel gespielt hat, Marktwertes explodiert, ich glaube, bei siebeneinhalb, acht Millionen war er da, nur seit dieser Saison spielt er nicht mehr. Jetzt muss ich klar sagen, dass hier meine, was spricht für Werder, die Zahlen nicht ganz passen, hat nur vier Spiele mit Einsatz, hat in zwölf Spielen sogar nur 36 Minuten, das könnte Werder nur in 14 Spielen sein. Das heißt, er hat nur vier Spiele, wo er Minuten gehabt hat, hat aber in einer ganz, ganz großen Anzahl ja nur ganz wenig Zeit. Das soll heißen, er hat eigentlich nur zwei Spiele gehabt, wo er relativ viel gespielt hat, sonst war er ja von 16 Spielen 14 Mal kein Faktor, hat bei dem neuen Trainer nur sechs Minuten in drei Spielen, also bei 270 Minuten gespielt. Das heißt, auch der Trainerwechsel scheint ihm nichts zu bringen. und somit meine Idee, der muss unzufrieden sein und somit ist er ein Kandidat für uns. Ich kann jetzt nicht zu 100 Prozent sagen, ob er da sofort bei uns Stammspieler wird, aber Pieper ist nun mal lange Zeit verletzt und ich denke, dass er ähnlich gut ist wie ein Pieper und dann hätte man einfach als Innenverteidiger Nummer sechs oder einen sechsten Innenverteidiger, dem wir es auf jeden Fall zutrauen, erste Liga zu spielen und dann hätten wir jede Position doppelt besetzt und das wollen wir ja. Daher ist das glaube ich immer noch ein sehr guter Fit und ja, will Unionien abgeben? Das ist die große Frage, denn ich glaube, dass der Spieler aus seiner Sicht auf jeden Fall Interesse haben müsste, erste Liga, Chance auf dem Stammplatz und bei Union Berlin auf der Bank zu sitzen, kann nicht sein Wut sein. Das waren die Innenverteidiger und darum kommen wir jetzt zu Mittelfeldspieler. Wie auch bei den Innenverteidigern gibt es auch bei den Mittelfeldspielern eine Vorschau. Das sind die Spieler und als ich die Recherchen gemacht habe, ist mein Freund Maloney natürlich mir über den Weg gelaufen, da habe ich sofort hier eingebaut und habe dann gemerkt, Moment mal, den kannst du eigentlich hier gar nicht bringen, weil der ist absoluter Stammspieler bei Einheim. Da wird es jetzt im Winter, weil wir reden über Wintermögliche Transfers, überhaupt keine Chance geben. Tom ist hier jetzt nochmal markiert, weil ich dann eine kleine Geschichte dazu habe, ich habe mal eine kurze Zeit in München gewohnt und da habe ich den Maloney tatsächlich spielen sehen, der hat bei Chemnitz gespielt, da habe ich mir 1860 angeguckt gegen Chemnitz und da ist mir der Typ aufgefallen. das ist so ein Christian Groß, nur ein jung, ein sehr großer Typ, etwas pomadig, also nicht so schneller Spieler, aber du hast ja gesehen, der steht immer richtig, der hat einfach Spielintelligenz und dann habe ich nachgeguckt, dann war das ein Deutsch-Amerikaner, fand ich ganz interessant und ja, ein sehr guter Mann, den, also wenn ich da irgendwie Scout gewesen wäre oder irgendeinen Kontakt gehabt hätte, hätte ich sofort gesagt, hey schaut mal den Typ bei Chemnitz an, der ist glaube ich richtig gut, der ist dann zu Dortmund zwei gegangen, also hat Dortmund gut gescoutet und der ist dann eben weiterverkauft und Einheim natürlich auch wieder gut eingekauft, die kaufen das anscheinend immer, sehr guter Mann, bin mir sehr sicher, dass der mit spätestens 26 in einem ganz anderen Bundesliga-Verein spielt und da ist er wahrscheinlich auch dann einen Schritt höher wie das vor Werder Bremen, leider, daher ist der jetzt raus. So, fangen wir von oben an und ja, die Nummer 1 dürfte klar sein, das ist wahrscheinlich der Mittelfeldspieler, der nahezu bei jedem anderen Verein auf dem Zettel stehen muss, zumindest wenn man nicht im, in der aktuell auf einem internationalen Platz steht, Andrich kann mit der Situation nicht zufrieden sein, es dürfte klar sein, dass vielleicht der SV Werder Bremen leider aktuell zu klein ist für Andrich, aber Andrich will er eigentlich zur EM, er hat viel zu wenig Spielzeit, er hat zwar 10 Spiele gemacht, aber nur 300 Minuten gespielt, das heißt im Schritt nur eine halbe Stunde, also ist das permanent nur einwechseln, viel zu wenig Spielzeit, wäre bei Werder ein klarer Stammspieler, muss man auch sagen, wenn der zu uns kommen würde, der würde bei uns spielen, Daumenklammer auf, EM, der will glaube ich zu EM, ich glaube, dass der theoretisch Chancen hätte, weil es ein Spielertyp ist, der die Nationalmannschaft dringend bräuchte, ein Arbeiter mit Qualität, aber ein Arbeiter, 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 der horizontal vor der Abbe was abräumt, da wäre er super, hat bei Leverkusen keine Chance auf die EM, bin mir ganz sicher, da wird er nicht spielen, also da müsste Leverkusen leider sehr viel Verletzungspech haben, damit er auf Spielzeiten kommt, damit ein junger Nagelsmann sagt, er nehme ich mit, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn der 30 Minuten im Schnitt spielt, dass er überhaupt eine Option ist für den Kader zu EM und ich glaube, Antricht bis 29 Jahre, wenn du die EM willst, dann musst du was machen und er könnte, er kann auch Innenverteidiger spielen, er kann defensives Mittelfeld spielen, zentrales Mittelfeld, perfekt fit, wie man so schön jetzt sagt, da würde alles stimmen, da würde alles stimmen, natürlich ist er für Werder bezahlbar, will er das überhaupt, das sind die einzelnen, also das sind die rein finanziellen und persönlichen Gründe, sportlich wäre das ein Bombentransfer, ist jetzt nicht schwierig rauszufinden, dürfte auch klar sein, aber wir müssen mit dem Besten beginnen und das ist in meinen Augen aktuell in der Bundesliga Andrich. Ja, Kitsch, ich bin noch ganz ehrlich, da merke ich manchmal, mein Gott, die kümmern gar nicht so gut aus, so wirklich sagt die mir wieder nichts, aber auf den Zahlen sage ich, der vielleicht interessanteste Spieler überhaupt, der hat bei denen letztes Jahr richtig gespielt, kommt jetzt aber überhaupt nicht mehr dran, hat drei Spiele gemacht, 180 Minuten, aber halt 13 Spiele gar nicht gespielt, also wirklich brutal, ein Mann, der in einem spannenden Alter ist, der genau die Position spielen kann, die wir brauchen, der eher ein Defensiver ist, also maximal ein zentraler Spieler, zentralen Mittelfeld oder Defensiver Spieler, war früh verletzt, dann hat er seinen Stammplatz verloren und war in den letzten acht Spielen fünfmal nicht im Kader, dreimal im Kader, aber nur einmal eingewechselt worden, also die Tendenz zeigt ganz klar in die falsche Richtung, Frankfurt mit dem neuen Trainer, dem Topmöller, der muss sich die auch erst mal gucken, welche Spieler mag man, welche nicht, das weiß jeder, der neu zu einer Mannschaft kommt, die Meinung, die man nach den ersten drei Wochen hat und danach, nach drei Monaten, ist immer ein bisschen unterschiedlich und ich glaube, dass er da einfach in der Priorität nach unten sinkt und dann ist es in meinen Augen ein Spieler, wo man als SV Werder Bremen angreifen muss, ein Mann, der es glaube ich bewiesen hat, dass er es kann, seine Zahlen sagen es, ich weiß, mir ist der ja gar nicht im Kopf so klar, wie der spielt, gebe ich auch zu, aber ich bin ja hier auch nur einer, der es von außen beobachtet, aber von den reinen Zahlen her, wenn ich nur Transfermarkt, die eröffne und mir angucke, muss man ihn kontaktieren oder die Scout-Abteilung von SV Werder Bremen erklärt mir, warum wir den nicht brauchen. Einzige Frage bei ihm ist, natürlich wie immer, finanziell und persönlich, will er überhaupt, können wir den bezahlen und was ist eigentlich mit den Verletzungen, weil die Verletzung hat ihn anscheinend rausgenommen aus, als ein Stammplatzkandidat und also quasi von Anfang an spielen und jetzt quasi überhaupt nicht mehr genommen zu werden, sind die anderen so viel besser, ist die Verletzung vielleicht dann doch ein Problem, ich weiß es nicht genau, aber wie so oft in der Theorie ein Mann, den man holen muss. Gerhard, ich sage es immer wieder, Wolfsburg ist ein Thema, Wolfsburg im Mittelfeld, die haben so viele Spieler, da kannst du fast jeden Einzelnen fragen, also solange nicht Arnold heißt oder Swanberg, ich glaube, alle anderen sind latent unzufrieden, weil die haben so viele Leute, wenn es dann um die Flüge geht, frag doch mal einen Wimmer, der würde wahrscheinlich, ich sage jetzt nicht, dass der in Leverkusen eher spielt wie in Wolfsburg, aber der würde in Stuttgart eher spielen wie in Wolfsburg und Stuttgart hat gefühlt doppelt so viele Punkte, also das sind ganz viele unzufrieden und da gehört mit Sicherheit auch ein Gerhard dazu. Ja, ich habe hier, sorry, das lasse ich jetzt einfach drin, meine Lampe blinkt ein bisschen, ein bisschen Action hier, ein bisschen hier Orangenhaut, Orangenhaut, auch nicht schlecht. Gerhard, 29 Jahre, super Fans, super alter, 5-0 Marktwert, wie gesagt, aus dem unzufriedenen Wolfsburg, 12 Spiele ist richtig viel, aber nur 698 Minuten, da ist das zu wenig, er hat zu wenig Spielzeit, wechselt ständig seinen Status, viermal war er nicht im Kader und siebenmal in der Startelf, das finde ich total irre, also das ist so ein, von wir brauchen dich gar nicht, du bist der aller Beste aller Zeiten, das glaube ich, meine Erfahrung als Amateurtrainer, das macht überhaupt keinen Spaß, das macht für die Spieler überhaupt keinen Spaß, von so nach so, da bist du lieber, zehnmal eingewechselt in der Bank, und spielst deine 35 Minuten im Schnitt, anstatt von Held zum Tortel zu werden. Also ich glaube nicht, dass er damit zufrieden sein kann, und ich denke bei Werder, wäre er auf jeden Fall ein Startelf-Kandidat, und er würde mit Sicherheit von Startelf zu Bank wechseln, also die Sprünge weniger, ich glaube nicht im Kader, wäre er auf jeden Fall nie. Florian Neuhaus, ich weiß nicht warum, aber ich finde den Kicker überragend, der ist natürlich, was spricht dagegen, eher ein offensives Mittelfeld, kein zentrales Mittelfeld, oder defensiv, da glaube ich, brauchen wir eher einen, wir brauchen eher einen defensiven, aber den muss ich einfach erwähnen, einen Mann, den ich überragend finde, der aber in Gladbach nicht so ganz so viel sein kann, hat seinen Stammplatz verloren, seit neunten Spieltag nur noch einmal in der Startelf, dreimal sogar null Minuten. Ja, ich gebe es zu, ich habe den auch bei Kicker, also ich mag den halt einfach, für mich ist das ein interessanter Spieler, ein technisch guter Mann, der auch eine gewisse Torgefahr ausstrahlen kann, aber trotzdem auch den Körper, dass er auch mal hier Zweikämpfe gewinnen kann, ich glaube, der hat alles und der muss jetzt den richtigen Schritt machen und warum nicht zum wunderschönen SV Werder Bremen, warum nicht. Ich sage, Gladbach ist auch so eine Mannschaft, wo, glaube ich, tendenziell eher die Spiele unzufrieden sind, ähnlich wie bei Wolfsburg, das behaupte ich jetzt einfach mal, und wenn man da irgendwie einen packen kann, einen Neuhaus, den würde ich mit Kusshand nehmen und da würde ich sogar fast überlegen, ob sie da nicht die Nummern tauschen, weil Norris auch die Nummer 10 hat. Überragender Mann, vielleicht nicht die ganz richtige Position und wahrscheinlich eh zu teuer, aber ich würde es richtig feiern. Nächster Mann, Amiri, den fordern ja schon viele und da gibt es ja schon einige Videos über ihn. Ja, klar, der hatte mal ein richtiges High, ich glaube, in seiner Prime hat er, glaube ich, über 20 Millionen Marktwert gehabt und war dann ein richtig guter Spieler. Ich glaube schon, dass man den natürlich holen kann, weil der ist unzufrieden. Der hat sieben Spiele in 14 Minuten. Der hat im Schnitt spielt, der hat zwei Minuten, also die Amerikaner würden Garbage, Time sagen, also wirklich, da, wo es überhaupt nicht mehr interessiert, wird der eingewechselt. Also der hat wirklich gar keine Spielzeit. Der muss sofort wechseln. Darum muss er auch einen klaren Wechselwunsch haben. Das ist der Vorteil. Aber erst mal, will Leverkusen überhaupt? Ich habe nicht den Eindruck, dass Leverkusen da wirklich so großen Interesse hat. Weiß zwar nicht, warum, aber es wirkt so. Es wirkt auch so irgendwie, will der Spieler vielleicht unter Alonso trainieren lernen? Alonso hat, glaube ich, inzwischen einen Status erreicht als Trainer, wo manche Spieler sagen, ich möchte unter diesem Trainer spielen, ich möchte was lernen. Und ist Offensivsmittel vielleicht für Werder eine falsche Position? Klar, ich habe jetzt gerade eben für Neuhaus gesprochen und jetzt sage ich zu Amiri, das ist die falsche Position. Daher, wenn man für Neuhaus sagt, ja, könnte man holen, dann geht das auch für Amiri. Amiri ist wahrscheinlich der Mann, den man hoffentlich leichter bekommt, weil er auch günstiger sein sollte. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, Neuhaus oder Amiri, dann würde ich gerne Neuhaus holen. Einfach eine subjektive Meinung. Ist einfach so. Keitel. Keitel. SC Freiburg. Keitel. 23 Jahre, super jung, 4 Millionen Marktwert. Hat nur drei Spiele gespielt, dafür aber 126 Minuten. Das ist ja für drei Spiele gar nicht so verkehrt. Hat nur ein Spiel in der Startelf gehabt und für Spielzeichen muss er wohl wechseln. Ja, schöner Schreibfehler. Fällt mir gerade auf. Naja. Jung, talentiert, richtige Position, defensives Mittelfeld, da passt ja alles. Daher, ich weiß nicht, wo man nicht spielt. Wahrscheinlich ist die Qualität in Freiburg einfach groß. Aber es war bei der Bremen, wenn wir an so einem Mann nicht dran sind, dann macht er was falsch. Dann sollte er vielleicht mich einstellen. Vielleicht soll ich den Job einfach übernehmen. Hat die halbe Saison wegen Verletzungen verpasst, klar, das ist ein Risiko. Auch, ich als Amateur-Trainer würde sagen, ja, der ist 23, der soll sich nicht so anstellen, der wird schon fit hier. Weiß, bei Profis ist das was anderes und man sollte es auch respektvoller umgehen, ist auch richtig. Aber ich glaube, mit 23 darf man auch mal eine Verletzung haben, die vielleicht auch ein bisschen länger geht. Aber das heißt noch lange nicht, dass man danach seine Gehre beenden muss. Freiburg-Spieler funktionieren oft in anderen Vereinen nicht. Das habe ich aber, ist für mich so eine Erkenntnis. Keine Ahnung, frag doch mal, in Dortmund nachher nahm Schlotterbeck oder Spieler wie Haberer oder Schwolo, glaube ich, der nach Hertha gegangen ist, frag sie doch mal. Also die Quote von Freiburg-Spielern, die wechseln, die da nicht funktionieren, ist schon erstaunlich hoch. Und ich glaube einfach, weil Freiburg einfach sehr, sehr viel richtig macht und wahrscheinlich sehr, sehr viele Dinge einfach deutlich besser macht wie der Rest der Liga. Daher ist das Potenzial. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ein Freiburg-Spieler kommt, das muss menschlich ein super Kerl sein. Weil wenn er nicht so toll war, der Streich hat ihn dann schon dahin gebogen, dass er dann ein netter Kerl wird. Aber ich glaube, dass Freiburg und Streich die Leute einfach besser macht. Daher würde ich so dieses pauschale Freiburg-Problem da schon drüber stülpen. Könnte der vielleicht schlechter werden, als er ist. Aber generell, von den Zahlen, von den Fakten her, ein Mann, den wir kontaktieren sollten. Bitte. Geiger. Ganz interessanter Mann, halte ich für einen der interessantesten Spieler überhaupt, weil er null Einsatzzeit hat. Gar keine. Er hat, er war nicht einmal im Kader in dieser Saison. Warum? Ist schwer zu sagen. Verletzungshistorik sagt, dass er von Juli bis September verletzt war und danach Trainingsrückstand. Also von Ende September bis Mitte Dezember, äh, Dezember. Trainingsrückstand. Ich kann nicht einschätzen, was da die Situation ist. Es wäre schon etwas untypisch, dass man so lange verletzungsmäßig ausfällt. Ich hoffe, wünsche ihm da alles Gute, auch gesundheitlich und alles andere, dass da alles passt. Von außen bedachte, wenn ich es nur sportlich sehe, wenn ich ihm nur die Zahlen anschaue, ist das sehr komisch, sehr erstaunlich. Aber, ähm, er spielt einfach nicht. Er ist kein Faktor dieses Jahr. Letztes Jahr hat er richtig viel gespielt. Geiger kann mal als ganz interessantes Talent. Jetzt ist er 25. Jetzt würde man sagen, jetzt ist er kein Talent mehr. Und er spielt nicht, warum auch immer. Das heißt, die Situation geht gerade nach unten. Sein Marktwert geht auch nach unten. Und da müssen wir ran. Es war der Bremen. Da muss ich fragen. Weil er letztes Jahr Stammspieler ist, defensives Mittelfeld, kann auch zentral spielen. Ähm, wenn fit, wenn gesund, wenn klar im Kopf, per perfect fit. Ganz klar. Muss man attackieren, so einen Mann und sagen, Junge, komm zu uns. Grünes Trikot steht eh viel besser. Und in Grün wird alles grüner. Husein Basik. Ich habe keine Ahnung, wie man ausspricht. Dieser junge Mann ist 22 Jahre, 400 Millionen und Köln. Und ich sage es auch mal ganz klar, er ist in Köln kein Stammspieler. Was zur Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, hat die vier Startentsätze in Folge zwischen Spieltag 4 bis 7, aber danach Stammplatz verloren. Warum? Weiß ich nicht. Klar, jetzt gibt es einen neuen Trainer. Andererseits in Köln wird es ausspieler. Ich weiß, die können keinen holen. Das heißt, wenn sie einen abgeben, dann können sie keinen nachholen. Das wird natürlich schwierig, mir ist schon klar. Aber, also wenn einer 22 Jahre alt ist, zentrales Mittelfeld spielt und 4,5 Millionen Marktwert ist, dann muss er eine gewisse Qualität haben. Und dann muss der eigentlich, in meinen Augen, bei Köln Stammspieler sein. Weil, soweit ich Köln verfolge, haben die eben in zentralen Mittelfeld Qualität verloren anstatt gewonnen. Und dann frage ich mich, warum spielt der nicht? Ist er da nicht so gut, dann muss aber der Marktwert runter. Oder aber, da gibt es Probleme. Und darum, würde ich bei Köln nachfragen oder beim Agenten, wie immer man das macht und sagt, hey, wie schaut es aus? Warum spielt der eigentlich nicht bei Köln? Und B, vielleicht will er ja Grün anziehen. Weil wir wissen alle, jedem steht das grüne Trikot besser wie jede andere Farbe auch. So, jetzt kommt der letzte Mann, das ist Becker. Wieder aus Hoffenheim. Ja, Hoffenheim kommt jetzt viel. Ich hatte sogar noch den jungen, glaube ich, 18-jährigen Mittelfeldspieler, jetzt weiß ich nicht mehr, wie er heißt, Bischof, glaube ich. Den habe ich auch schon drauf reingeschrieben. Ich kann jetzt nicht zwölf Hoffenheim-Spieler da benennen, weil er 18 Jahre ist, mache ich es auch noch nicht. Aber, Hoffenheim-Wolfsburg, da kann man zwei Drittel des Kalas anschreiben, weil er alle unzufrieden ist. Und Köln ist dabei, unklappbar. Das sind die Dinger, da kannst du eigentlich alles fragen. So, Becker, 23 Jahre, drei Millionen Marktwert, hat sehr viele Einsätze, zwölf von 16, aber nur 335 Minuten. Das sind keine 30 Minuten im Schnitt, 10 und 20 meine Lieblingszahl. Wahrscheinlich ist es das. Nur drei Startelf-Einsätze. Wäre jetzt wohl lieber bei St. Pauli, davon kam er. Und die sind ja gerade hier Go-To-Guys in der zweiten Liga. Wechsel würde aufgrund der Zahlen Sinn machen. Das ist das, was ich immer sage, von den Zahlen her, ein Mann, der jetzt schon, ich glaube, seit eineinhalb Jahren in Hoffenheim ist, hat es nicht geschafft zum Stammspieler und das heißt, da muss eine gewisse Unzufriedenheit da sein und dann zu sagen, hey, wie schaut es aus, Herr Becker? Wir sind SV Werder Bremen, wir sind grün und wir sind in der ersten Liga. Hast du nicht Bock und Zeit bei uns zu spielen? Das muss eine Anfrage sein, wo alle beteiligt sagen, jawohl, das macht Sinn. Machen. Ja, und jetzt kommt noch ein Spieler, den ich natürlich entnehmen muss, weil ich weiß nicht, es gibt manche Spieler, ich glaube, das kennt jeder, von denen ist man einfach überzeugt und das ist einfach der Herr Geis aus Nürnberg. Klar, zweite Liga, 0,6 Millionen Marktwert. Wer jetzt sagt, jetzt spinnt er total, dann tut er jetzt die nächsten drei Minuten einfach überspringen. Was spricht gegen einen Wechsel? So ziemlich alles. Er ist kein Stammspieler mehr in der zweiten Liga, ist jetzt schon 30 Jahre, hat den Marktwert total verloren, bla, bla, bla. Alles richtig, alles richtig. Was spricht dafür? Eigentlich gar nichts theoretisch, aber ich mag den Spielertyp. Das war ein Mittelfeldspieler, der eher aus dem Defensiv kommt, der aber Zweikämpfe beginnt, weil er das aus der Birne macht und nicht aus dem Zweikampf her. Der einfach einen sehr hohen IQ hat, in meinen Augen. Der hat eine unfassbare Zeit in Mainz gehabt, ist dann Schalke und ist dann leider in Schalke zerstört worden. Hat da auch ein ganz unglückliches Foul gemacht, wo er dann lange Zeit gesperrt war, wo in meinen Augen, das sah brutal aus, hat bestimmt auch weh. in meinen Augen wurde das aber viel zu groß gemacht, das war überhaupt keine böswillige Aktion, eine sehr ungeschickte Aktion, aber überhaupt keine böswillige Aktion und das war seine Karriere nicht beendend, aber ab da ging es dann bergab. Und dieser Kerl muss Erste Liga spielen können, da lege ich meine Hand ins Feuer. Also mir ist das ein absolutes Rätsel, warum der bei Nürnberg kein Stammspieler ist und warum der jetzt nicht schon längst bei Pauli wieder wäre und Richtung Erste Liga ist oder eben beim wunderschönen SV, weil der Bremen spielt und sagt, Kollege Edzard, greifen wir dann. Also einer, der die überragende Standards geschossen hat, der einfach im Mittelfeld da Verantwortung übernehmen könnte, also ich könnte mir das super vorstellen, dieser Mann muss funktionieren, den würde ich sofort, sofort holen. Da bin ich wahrscheinlich ganz alleine, in ganz Deutschland mit dieser Meinung, aber ist ja mein Kanal hier, ich kann ja sagen, was ich will. Daher, Guys, let's go. Neues Thema, Torhüter. Torhüter ist natürlich von der ganzen Idee, von der ganzen Situation und auch von der Position natürlich eine ganz eine andere. Daher wollen wir, hier fangen wir normal an und wir machen Vorschläge. Ich mache hier nur drei Vorschläge, das sind die in der weißen Schrift und dann gibt es noch zwei weitere Namen, die ihr alle kennt, Backhaus und Dudu, aber dazu komme ich gleich. Also, wenn es in Deutschland einen Torhüter gibt, über den man reden muss, dann ist es natürlich Horn. Timo Horn war bei Köln, ist vereinslos, hat deswegen natürlich keine Sekunde gespielt und findet anscheinend keinen Verein. Der wohl beste, sofort verfügbare, deutschsprachige Torhüter. Das dürfte klar sein. Den kannst du sofort holen, der kostet dir keinen Cent, der kennt die Liga, der ist 30 Jahre, der kennt das Business, da passt alles. Genau, vereinslos, kostet nichts, große Erfahrung, hat seine Qualitäten bewiesen. Ich glaube sogar, dass der auch Nummer 1 werden kann. Wenn man den jetzt holt, also klar, man muss das jetzt überlegen, stellt man einen Zetterer, den wir jetzt zu Nummer 1 gemacht haben, so einen Torhüter hin, der auf jeden Fall mit der Intention kommt, ich will hier Nummer 1 werden und sagt, hier, möge der Bessere gewinnen, Star Wars, dann ist das so. Aber weiß ich nicht genau. Kann man machen, muss man aber nicht. aber in unserer Situation, wenn wir Pavlenka abgeben oder abgeben wollen, muss man über Horn sprechen, mit Horn sprechen, über Horn denken, denn da könnte man mit Pavlenka Geld bekommen und Horn würde man vielleicht mit einem Handgeld, weiß ich aber gar nicht, weil ich glaube nicht, dass das groß sein wird, weil ihn will ja anscheinend keiner, weil sonst hätte er schon längst einen Verein. Man hätte den ja auch im September oder im Oktober holen können, er ist ja vereinslos, der kann sofort wechseln, der muss nicht in der Transferphase wechseln, das macht anscheinend keiner, daher könnte man den mit wenig bis gar keinem Geld holen und das Geld von Pavlenka einschnappen und ich sage Horn und Pavlenka, da ist überhaupt kein Unterschied. Und wo da jetzt der Zettere ist, das könnt ihr euch selber überlegen, daher muss man auf jeden Fall mit ihm sprechen, ob er das will, ob er dann potenziell nur die Nummer 2 sein will, weiß ich nicht, aber doch lieber auf der Bank sitzen und das Bundesliga-Gehalt einstauben, als nichts zu machen, oder? Perez, Perez, Perez heißt er bestimmt. Vorm FC Bayern München ist er nur noch die Nummer 3 und hätte bei uns, ich sage jetzt mal so ganz frech, wenn der FC Bayern München einen Tor hinterholt, dann wird er schon eine größere Qualität haben. Ich habe keine Ahnung, wie gut er ist. Aber wenn er das so sagt, wie ich das so gut ist, wie ich das so lapidar sage, dann hat er auch eine Chance, an dem Zettere vorbeizukommen. So klar muss man sein. Und daher ist die Frage, will der Spieler, will Bayern, kann man den kaufen, wollen wir den ja eh nicht vom FC Bayern München, aber vielleicht kann man den ja ausleihen. Vielleicht kann man sagen, hey, wir brauchen für das nächste halbe Jahr einen Torhüter, lass ihn doch mal bei uns trainieren. Wenn er sich durchsetzt, dann kann er auch spielen und wenn nicht, dann lernt er vielleicht auch, dass er noch in Deutschland was lernen muss, weil einfach hier vielleicht die Qualität höher ist, wo er vielleicht vorher war, behaupte jetzt einfach mal und dann haben vielleicht auch alle was gewonnen. Würde ich schon interessant finden. Und jetzt kommt der Letzte. Klar, weil ich das natürlich auch, weil ich vor den Toren Augsburgs wohne, das behaupte ich zumindest sehr gut einschätzen kann, ist Kubik. Kubik ist ein Torhüter, wo glaube ich, viele Augsburger sagen würden, ja, hoffentlich ist er weg. Kam als groß angekündigter Torhüter, wurde auch für Augsburg-Ferhältnisse mit richtig viel Kohle bezahlt und ist dann eigentlich sehr, sehr schnell sehr gefloppt. Scheint aber irgendwie sich mit der Rolle zufrieden zu geben und ist jetzt eben schon seit Jahren zweiter Torhüter. Ich glaube aber, dass Kubik, wenn man ihm Vertrauen geben würde, dass er theoretisch auch die Nummer eins werden könnte, wenn man sagt, okay, wir holen dich jetzt zum ersten Januar, zum zweiten Januar und dann möge der Bessere gewinnen, dann ist das so. Kennt das Land und Liga inzwischen, könnte es einem anderen Verein in diesem Land, in der Bundesliga, nochmal versuchen. und ich denke auch, dass der Verein, FCA und der Spieler Interesse an einem Wechsel haben wird, weil ich glaube, der FCA bezahlt mit Sicherheit für die Nummer zwei verhältnismäßig viel Gehalt, weil man den hat man ja als Nummer eins geholt, hat auch sehr viel Geld bezahlt, ich glaube, über vier Millionen hat man da bezahlt damals und ich denke auch, dass der Spieler Interesse haben könnte, wenn man sagen, hier, komm zu uns, bei uns ist die Chance wirklich da, dass du Nummer eins werden kannst, denn beim FCA glaube ich nicht, dass es wird, aber er hat natürlich die Gefahr, sagt er, dann gehe ich da hin und dann fliege ich den Zweikampf wieder und bin ich wieder auf nur noch Nummer zwei, bringt mir das was. Das weiß ich nicht, aber das wäre zumindest ein Torhüter, nach meinem Schema, der kennt die Liga, der kennt die Sprache, hat ja auch schon ein paar Einsätze, daher ist er nicht katastrophal, der Torhüter, der hat eine gewisse Qualität und sollte 800.000 Marktwert günstig hergehen. So, man kann natürlich andersrum. Erstens natürlich, wenn wir Pavlenka nicht verkaufen sollten, dann ist das Thema Torhüter sowieso egal, dann brauchen wir nämlich keinen. Wenn wir aber den Pavlenka verkaufen, was ich empfehlen würde, dann brauchen wir Ersatz. Und dann ist ja die Frage, machen wir das vielleicht mit der internen Lösung. Und die interne Lösung sieht in meinen Augen zweigeteilt aus. Also es gibt zwei interne Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, Zetra ist die Nummer 1, Dudu wird von Nummer 3 zu Nummer 2, dann brauchen wir noch eine Nummer 3. Jetzt kann man sagen, ja, für ein halbes Jahr eine Nummer 3, wie wahrscheinlich ist das, dass der dann spielen muss? Sehr gering, wir trauen Dudu zu, dass wenn es sein muss, dass er dann eben in der ersten Liga spielt und dann brauchen wir halt einen Ersatzmann. Wen haben wir denn da? Es ist eine der wenigen Mannschaften, die noch eine zweite Mannschaft haben. Auch wenn wir nur Bremen-Liga spielen, ich glaube, 111 geschossene Tore, 11 bekommene Tore, alle Spiele gewonnen, ganz klar Nummer 1. Das heißt, der Aufstieg sollte schaffbar sein. Das heißt, du hast eine gewisse Qualität da, es gibt da einen Horsch und einen Kuiper, Kuiper, war doch nochmal was, ja, sein Bruder hat auch mal beim SV Werder Bremen gespielt, aber als Weltspieler. Da gibt es zwei Mann, aber der interessanteste, glaube ich, also nochmal, ich habe von keinen einzigen natürlich eine Ahnung, noch nie gesehen, wie gut sie sind, aber wie immer von den Zahlen und Fakten ist Angelidis, der Grieche, wohl der interessanteste Spieler, der mit 18 Jahren in der U19 spielt, der aber leider einen Handbuch hat. Ich könnte mir vorstellen, dass man ihn da als Nummer 3 hinstellt, weil man muss klar sagen, wenn es normal läuft, spielt weder Dudu noch die Nummer 3 und wenn der Zetra einmal ausfallen sollte, dann spielt Dudu und dann sitzt der Junge Angelidis auf der Bank oder wer auch immer von den dreien und dann ist es auch schön und dann hat der, der dabei ist, profitiert davon, weil er eine sehr tolle Erfahrung hat, aber wird nicht drankommen und kann auch nichts kaputt machen. Das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre natürlich die interessantere, die hat aber ein Problem. Denn wir haben ja ein anscheinend sehr großes Talent, ein Torhüter-Talent ausgeliehen. Das ist Mio Backhaus, der ja 19 Jahre alt ist, 700.000 Marktwert hat und der in Wohlendamm spielt. Niederländische erste Liga, Stamm-Torhüter. 16 Spiele, 16 gemacht, volle Spielzeit. Ja, die Mannschaft ist Vorletzter, das heißt, eine Mannschaft, da wo es um den Klassener geht, aber mit 19 und er, der Lautran Zwermarkt hat diese Mannschaft drei Torhüter, er ist der Jüngste, auch wenn der Älteste 24 ist und ein anderes 20 Jahre, er ist der Jüngste und trotzdem steht er im Tor. Also da kann man, muss man klar sagen, da hat der, er hat wohl, da haben wir wohl ein sehr großes Talent und der könnte auf jeden Fall als Nummer 2, weil das ist ja die Idee, dass wir den Backhaus eben als Nummer 2 integrieren und den Dudu als Nummer 3 lassen, dann wäre das glaube ich ein tolles Torhüter-Trio, nur der ist ausgeliehen, das heißt, man müsste die Laie vorzeitig beenden und wir merken ja gerade selber, wie sich blöd das anfühlt, wenn Boree anscheinend wechseln soll, will, kann, darf, mag man ja auch nicht, daher geht das überhaupt, muss da der Verein zustimmen, also der, der das ausgeliehen hat, der Niederländische oder können wir das bestimmen, gibt es einen Vertragsbruch, gibt es eine Strafe, muss man da was bezahlen, wie findet das das Spiel überhaupt, das sind viele Fragen, aber das wäre natürlich eine sehr charmante Lösung, die gar nichts bis wenig kostet, die so einen internen Charakter hat, weil Z3 ja auch, auch wenn er aus Unterhagen eigentlich kommt, man ihm ja trotzdem schon länger im Verein ist und man geformt hat, das wäre so eine SV Werder Bremen Sache, wäre auch richtig geil, würde ich sagen, die sehr viel charmant hat, aber er ist halt ausgeliehen, daher ist es halt die Frage, was machen wir mit den mit den Monaten Januar bis Juni und ich weiß nicht, ob man da auch den Gamble machen kann, wir setzen einfach drauf, dass Zetterer fit bleibt, weil dann wäre natürlich die erste Möglichkeit, die einfache, weil dann wäre die zweite Möglichkeit nicht so interessant, weil Backhouse soll ja spielen, mit jedem Spiel wird er ja besser, ist ja für uns gut und so wäre es natürlich kostengünstig, wenn man sagt, zweite Möglichkeit geht nicht, wollen wir nicht, geht vielleicht nicht, wir trauen uns aber nicht die erste Möglichkeit zu, dann müssen wir halt einer dieser Torhüter uns holen und dann wäre natürlich Horn die Nummer 1, dürfte klar sein. Also daher, bei den Torhütern wird es sehr spannend sein, was passiert. Und jetzt meine Wünsche, das heißt, ich sage jetzt, geht eh schon lange genug das Video, meine Wünsche für Innenverteidiger, wen ich in welcher Reihenfolge kontaktieren würde. Bei den Innenverteidiger, ich würde sofort bei Wolfsburg-Bornau anfragen, kontaktieren und sagen, wie schaut es aus, hast du ja nicht Bock, nicht nur SV Werder Bremen mal in die zwei Liga zu köpfen, sondern auch uns den SV Werder Bremen zum Klassenerhalt köpfen und vielleicht Köln in die zweite Liga zu köpfen. Zweitens wäre für mich Friedrich, weil er einfach in einem super Alter ist, der muss unzufrieden sein, der würde uns sofort helfen, wäre ein Mann, der sofort in den Startelf gehen könnte und der hier vielleicht einen Schritt zurück macht, aber dafür Stammspieler sein wird und ich denke, dann ist es für alle geholfen. Und dritter Platz wäre Pfeiffer, das ist die normale Sache, aber ich denke mir, wenn ein Spieler in Augsburg so an das Neuzugang so eigentlich überhaupt nicht drankommt, sind wir dann so viel schlechter in der Abwehr, dass er dann bei uns auf einmal spielt, daher habe ich da ein kleines Fragezeichen. Bei den Mittelfeldspielern, ich habe mir in die Situation, ja, Kitsch verliebt, auch wenn ich mir den nochmal ansehen müsste, wie er eigentlich Fußball spielt, aber zahlenfaktmäßig überragend. Gerhard wäre der nächste Mann, der beim unzufriedenen VfL Wolfsburg ist, da glaube ich einfach, da kann man sehr viel holen, der sehr viel Erfahrung hat, der auch mehrere Positionen spielen kann, glaube ich sehr, sehr gut. Drittens ist Geiger, das ist so hier vielleicht der mutigste Spieler von allen, weil irgendwas ist da ja. Also er ist gar kein Faktor mehr und wie gesagt, ich wünsche ihm da alles Gute, ich hoffe, da ist nichts Schlimmeres, was ich nicht weiß. Von den reinen Zahlen, Fakten sportlich gesehen, gibt es da ein Problem und wir könnten lösen mal in grün oder stell dir mal vor, er könnte so ein Trikot tragen. Traumhaft. Florian Neuhaus, ich mag den Typ einfach, auch wenn es nicht ganz die Position ist, den ich gerne haben möchte, wie gesagt, ich würde mir den lieber sehen als Amiri, wenn es Amiri wird, sehr gerne, dann freue ich mich auch, aber Florian Neuhaus würde ich geil finden und ja, ich mache es einfach, könnte mich jetzt für blöde halten, aber Geis, Tobias heißt er glaube ich oder nein, ich weiß gar nicht wie er heißt, Geis, Geisi nennen wir ihn einfach, Geis möchte ich haben, den von Schmalenthaler als zweiter Mittelfeldspieler, weil wir wollen ja, in meiner Bretenliste war ja Prio 4, der zweite Mittelfeldspieler, Geis dort reinzusetzen wäre, ich würde das Trikot kaufen. Und bei den Torhüter würde ich Horn anfragen, Horn muss man anfragen, ganz klar, wenn so ein Mann verfügbar ist, kostenlos verfügbar ist und wir mit Pavlenka ein paar Milönchen reinnehmen können, dann mache ich Horn und wenn der nicht klappt, dann sage ich halt nach zu Nirlande, I'm sorry, we need Backhaus. Und zum Abschluss, Werder Bremen, gibt es noch Fragen, wenn ja, unter dem Video kann man Kommentare einsenden, ich würde mich freuen, wenn der offizielle SW-Werder Bremen Kanal einfach mal sagt, wir haben Fragen und dann melde ich mich. Let's go. Das war's, knappes Video, aber ich würde mal sagen, ein Meisterwerk. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich bin der Bassi B, Bremen-Fan aus Bayern und darum zur Verabschiedung, kein Tschüss, kein Moin, sondern der Dreierlachs war einfach wunderschön. Servus.